Ich spiele gern Tennis, ich teste gern Saiten, ich mag Marc Landauers Reviews und trage deshalb einen Marc Landauer Gedächtnis an. Ich bin Amateur und ich habe eine Videokamera, was liegt also näher als auch per Video Seiten zu testen. Bei mir passiert das ganze dann auf dem Barbulat Aerostorm Tour und momentan habe ich drauf einmal die Canon Vice Silver String 1,25 mit 25 Kilo und einmal die Luxilion Big Banger Aluruff auch 1,25 auch 25 Kilo und damit gehe ich jetzt mal stümperhaft auf dem Platz. . is an v Das ist ein bisschen größer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.